Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, momentan traden wir bei 39.200 US-Dollar. Und ich weiß, ihr denkt euch jetzt bestimmt, gestern hat er doch gesagt, die Videos kommen erst gegen Nachmittag. Ja, kurze fristige Planänderung war eigentlich nicht so gewollt. Heute und morgen auf jeden Fall erst einmal die Videos früh und dann schauen wir mal weiter. Gut, momentan traden wir wie gesagt bei ungefähr 39.200 US-Dollar. Wir haben eine Reaktion aus unserem Golden Pocket hier unten bei ungefähr 37.000 bzw. 38.000 US-Dollar gesehen. Gleichzeitig war hier unten noch eine kleine 4 Stunden-Demand-Zone, also eine zusätzliche Support-Zone. Jetzt wird es natürlich interessant, ist es jetzt hier möglicherweise schon der doppelte Boden gewesen. Dafür gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart. Sieht nicht wirklich danach aus, deswegen bin ich weiterhin eher nochmal davon überzeugt, dass wir vielleicht nochmal einen kleinen Rücksetzer hier unten reinbekommen in das Golden Pocket und dann hier das Breakout vielleicht nach oben hin fortsetzen. Das ist so jetzt den momentanen Plan, sag ich mal, den ich ins Auge gefasst habe. Wir haben auch noch einen 7i-Gap bei ungefähr 39.900 US-Dollar. Würde hier mit dieser 4-Stunden-Supply-Zone und den 200er SMA plus den 4-Stunden-Email-Ribbons passen. Möglichkeit wäre natürlich auch, okay, wir gehen jetzt erstmal noch hier hoch und setzen dann nochmal zu einem Rücksetzer an. Die Börsen in den USA haben wir heute geschlossen, die haben morgen erst wieder geöffnet. Also es könnte eigentlich ein ruhiger Tag werden, bis wir dann morgen wirklich mit den USA da nochmal ein bisschen mehr Schwung vielleicht reinbekommen. Deswegen würde es sich anbieten, vielleicht erst hier nochmal in diesen Bereich hier hochgekommen in Richtung 40.000 US-Dollar-Rücksetzer ins Golden Pocket oder vielleicht kurz davor und dann mit einer möglichen Bullish Divergence vielleicht unten im doppelten Boden mit genug Power hier nach oben hin durchzubrechen. Wir haben gestern schon bei der Krypto-Eule, war ich ja live, haben wir schon drüber gesprochen, dieses M-Pattern, was wir hier oben hatten. Dieses Preisziel wurde mittlerweile erreicht, also fast auf den Dollar genau. Ares-Eier holt sich langsam ein bisschen trotzdem. Doppelter Boden wäre hier einfach hilfreich, um die Trendwende zu sehen. Alles, was hier noch in diesem Bereich abläuft, ist noch Bullish. Wir haben weiterhin hier unten unser letztes Tief war bei ungefähr 36.246 US-Dollar. Solange wir hier nicht drunter kommen, haben wir ein höheres Tief. Das ist Bullish, nachdem wir hier drüben schon ein höheres Hoch gebildet haben. Das ist das, was ich euch schon seit Tagen bzw. seit Wochen versuche einzutrichtern, dass es einfach essentiell wichtig ist, nachdem wir ein höheres Hoch gebildet haben, ein höheres Tief zu bilden. Dieses Void hier, also dieser Pump hier, wurde jetzt mittlerweile auch aufgefüllt. Ihr seht es, wurde bis nach unten hier, wo wir unser Golden Pocket hatten, perfekt aufgefüllt. Also von der technischen Seite her sieht es erstmal gut aus. Wie gesagt, geopolitisch müssen wir weiterhin schauen. Wie geht es weiter? Hat vielleicht dieser kleine Pump jetzt hier auch mit den besseren News zu tun, weil man sich ja jetzt nochmal an einen Tisch setzen will? Müssen wir auf jeden Fall alles beachten. Momentan sieht Zwick sagt erstmal gut aus. Volumen fehlt uns hier auf jeden Fall noch. Also weiterhin abfallendes Volumen. So richtig Breakout-verdächtig ist es noch nicht. Rücksetzer hier nochmal rein. Vielleicht mit einem minimal tieferen Tief nochmal. Eine Bullish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Dann ein doppelter Boden. Das ist so momentan den Fahrplan, den ich erst einmal verfolge. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Da haben wir das gleiche Bild. Ihr seht, ich habe weiterhin dieses W-Pattern hier noch drin. Das bleibt auch so lange drin, bis es aufgeht. Auch hier haben wir ungefähr das gleiche Spiel. Wir sind nochmal hier ins Golden Pocket reingekommen. Man sieht, wir haben kein wirklich tieferes Tief gebildet. Also wir sind hier genau auf dem Dollar hier wieder, wo wir damals aufgekauft wurden. Auch hier wieder. Also auch hier hat man versucht, kein tieferes Tief erst einmal zu bilden. Wir sind auch hier jetzt erstmal bei dem ersten, bei der linken Seite des möglichen W-Patterns. Auch hier 4-Stunden-Supply-Zone sieht man hier ganz gut, wo wir schon bereits berecheckt worden sind. Also das wird jetzt auch interessant, ob wir hier genug Schwung reinkriegen. Aber da muss natürlich auch Bitcoin hinterher schieben. Wir haben jetzt die 4-Stunden-Email-Ribbons vor uns in 200er SMA. Also hier kommt wieder eine Menge, Menge Widerstand. Und darüber haben wir auch gleich schon die nächste 4-Stunden-Supply-Widerstandszone. Also ich halte auch hier erstmal an dem Plan fest, dass wir hier dann möglicherweise erst einmal nochmal eine Rücksetzung nach unten hinkriegen. Nochmal in das Golden Pocket rein. Vielleicht hier in diese neue 4-Stunden-Demand-Zone, die jetzt hier neu gebildet wurde. Kann man hier unten ganz gut sehen. Und dann auch hier doppelter Boden. Vielleicht eine Bullish-Divergence dazu. Und dann wirklich morgen vielleicht mit Schwung hier über die ganzen Widerstände rüber zu kommen. Und dann wirklich eine Trendwende einzuleiten. Weil momentan bin ich noch nicht wirklich davon überzeugt, dass es wirklich eine Trendwende ist. Wir haben auch bei Bitcoin noch die Möglichkeit, in dem Bereich von 33.000, 32.000 oder sogar 30.000 US-Dollar zu fallen. Solange wir keine richtige Trendwende erkennen können. Darauf möchte ich euch auf jeden Fall vorbereiten. Ansonsten schauen wir uns ein paar Altcoins an. Cardano, gleiches Spiel wie momentan überall. Wir sehen die leichte Erholung genau in den 4-Stunden-Email-Ribbons. Aber auch hier 4-Stunden-Supply, die sofort wieder Widerstand ist. Auch hier sehen wir gleich wieder rejected worden. Also so viel Schwung ist da noch nicht drin. Volumen nimmt zwar hier jetzt langsam bei Cardano zu. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wir brauchen natürlich auch hier ein nachhaltiges Breakout. Schauen wir uns Solana an. Solana weiterhin eine Bullish Divergence, die jetzt mittlerweile hier ein bisschen ausspielt. Hier sieht es sogar ein bisschen besser aus, nachdem wir jetzt hier mittendrin in den 4-Stunden-Email-Ribbons sind. Volumen minimal zugenommen. Wäre vielleicht wichtig, hier dieses letzte Hoch hier drüben mal rauszunehmen. Und dann endgültig diese blaue Linie ist weiterhin unser Downtrend-Kanal. Den haben wir auch gestern beim Stefan angesprochen. Also bei der Kryptoeule in dem Livestream. Das ist einfach weiterhin diese krasse Downtrend-Linie. Und da müssen wir nachhaltig rüberkommen. Sieht momentan noch nicht wirklich danach aus. Aber so eine Bullish Divergence kann sich jetzt erstmal noch nach oben hinziehen. Klar, wir sind jetzt hier auch schon bei 50. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Dass es vielleicht sogar hier über die 100-Dollar-Marke reicht. Gut, schauen wir mal, wie chainen wir uns noch an. Auch hier sieht es momentan übergeordnet erst einmal nach einem doppelten Boden aus. Aber auch hier bin ich noch nicht wirklich ganz überzeugt. Volumen, mangelware Aerosites hier erstmal gebounced. Wir haben jetzt auch noch eine Menge, Menge Widerstand hier durch den 200er. SMA, EMA und die 4-Stunden-Email-Ribbons. Also hier jetzt vor allem dieser doppelte Boden ist jetzt nicht wirklich wünschenswert. Also es sieht nicht wirklich super danach aus. Deswegen gefällt mir nicht wirklich zum Spotkauf. Kann man hier wieder einen Teil, sag ich mal, nachkaufen. Weil es hier einfach langsam nach Bodenbildung aussieht. Große Akkumulationsfläche. Polkadot, gleiches Spiel wahrscheinlich. Genau, wobei hier der doppelte Boden ein bisschen besser aussieht. Auch hier kein tieferes Tief erstmal gebildet. Schon mal ein gutes Zeichen. Aber wir haben hier immer noch in der Struktur kein höheres Hoch gebildet. Deswegen weiterhin eher hier mal Seitenlinie bei den Altcoins vor allem. Sand hat hier unten nochmal unser Key-Level angetestet. Beziehungsweise unsere Supportzone auf den Dollar. Genau, man sieht es hier mehrmals immer wieder angetestet. Jetzt den Bounce gesehen. Aber ihr seht hier unten auch überhaupt kein Volumen hier drin. Das heißt, das Volumen muss erstmal hier reinkommen. Bullish ist jetzt hier erstmal, okay, wir haben hier zumindest ein höheres Hoch. Wenn wir das hier jetzt mal werten sollten, ein höheres Hoch gebildet. Dann auch noch ein höheres Tief. Ist erstmal eine bullische Struktur. Auch wenn wir dann hier jetzt vielleicht einen Abtrend reinkriegen und den dann immer wieder im Laufe der nächsten Wochen dann als Support antesten. Und dann sieht das auch ganz gut aus. Gut, schauen wir uns noch Luna an. Luna, schön hier am 0786er erst einmal gebaunt. Support hat auf jeden Fall gehalten. Das war ja das, wo ich euch gesagt habe, okay, wer hier einen Long Trade reinwagt in das Golden Pocket Stop Loss und das 0786er sieht momentan ganz gut aus. Den Trade habe ich übrigens auch mitgenommen. Einfach mal Risiko reingegangen. Man kann nicht immer auf easy peasy machen, sage ich mal. 4 Stunden E-Mail-Ribbons sehen ganz gut aus hier als Widerstand bestätigt worden. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Schwung. Volumen nimmt langsam wieder ab. Das ist natürlich kein klares Zeichen. Deswegen auf jeden Fall jetzt einen Stop Loss auf Entry erst einmal setzen. Profite nehmen. Das war jetzt mein Plan. Habe ich auch schon bereits gemacht. Ansonsten müssen wir hier weiter gucken, dass hier vielleicht nochmal ein neuer Volumenschwung reinkommt über die Ribbons, um dann hier dieses Void, also diesen schnelleren Abverkauf hier wieder nach oben aufzufüllen bis ungefähr in den Bereich von 55 US-Dollar. Gut, schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Twitter-Spendenfunktion integriert Ethereum als Zahlungsmittel. Nachdem Bitcoin integriert wurde, jetzt kommt Ethereum. Also auch Twitter setzt weiterhin auf Krypto. und es ist ja nicht nur Twitter, es wird überall mehr Adaption geben, mehr Länder legalisieren. Legalisieren klingt auch ein bisschen komisch, aber es ist halt so. Ukraine war ja eigentlich schon vor ein paar Wochen, jetzt wird es nochmal offiziell, sage ich mal, gemacht. USA, ein Bundesstaat nach dem anderen. Also ihr seht, es geht voran. Egal, was jetzt geopolitisch noch so abgeht, es wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Habt einfach ein gutes Risk Management, macht DCA, also Dollar Cost Averaging. rennt nicht überstürzt in irgendwelche Trades rein, bleibt an der Seitenlinie. Lieber verpasst dann Trade als irgendwelches Kapital zu verlieren. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Einen guten Morgen nochmal. Und wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder, beziehungsweise in der Telegram-Gruppe. Lasst auf jeden Fall dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, stay crypto. Bis zum nächsten Mal.